Kandare von Flipper. Dann nehmen wir den mit. So, ihr habt noch zu trinken. Ja, mit euch und Mama mit euch. Nein, das ist für deine Mama noch. Ja, das ist für deine Mama. So, einmal die Kandaren sauber. So, Vorsicht. Annie, Pippi, Flipper. Okay. So. So, die Frage ist, gehen wir mit dem auch einmal rum. Wobei es jetzt echt warm ist und viele fliegen da. Amy, Vorsicht. Vorsicht. Flipper. Wie ist die Laune? Wie ist die Laune? Komm, so schlimm kann sie nicht sein. Wehe, du weißt. Nein. Hörst du auf? Hey, Schluss jetzt. Flipper, hör auf jetzt. Guck mal. Die Leute lachen nicht aus. Die lachen nicht aus, wenn du so bist. Dann wird wieder Google gefragt, weil du alles so für Problemchen hast. Nein. Na, hörst du auf? Er macht nichts. Der kaspert einfach nur rum. Man sieht, hat auch nichts mit Sattelgurz zu tun. Der hat vorher schon rumgekaspert. Einfach was damit zu tun, dass du keine Lust hast. Das ist das. Ups, Alter. Kannst du jetzt mal aufhören? Du oller Grummelpeter. Du oller Grummelpeter. Das muss doch nicht sein. Moment. Das ist mal gespannt. Also diese Aufgabe ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber gut. Eigentlich kein Problem. Eigentlich sollte man aus dem Muck kommen. So. Du bist unten. Okay. Flipper, let's go. Ups, Alter. Wir können auch reiten. Wir können auch reiten. Ich glaube, wenn wir jetzt alles rumgehen, dann bist du klatschen, nass geschwitzt. Die ist dann ablädt. Oder? Flipper. Komm. Komm mit. Ja, komm. Guck mal, hier hab ich Keks für dich. Komm mit. So, da willst du dann gleich mitnehmen. Nein. Bringen wir nicht auf so Ideen. Und ich mache meine ganze Pläne wieder über den Haufen. Und so kriegt man schlechte Laune. So. Na, wir machen heute ein bisschen easy-piece-lockeres Programm. Das ist schön locker bis für morgen. Puh. Ach, Flipper, weißt du's. Ja, also. Ewig machen wir nicht mehr. Aber ich hatte überlegt, ob wir, äh, ob ich mit Jeans einmal noch irgendwas mache mit. Weiß ich nicht. Ja. Oder ob wir Feierabend machen, machen dann die Tage was. Aber mit dem Fliegen kannst du auch nicht so viel machen, weißt du? Ja. Warte, wir gehen kurz vor dem... Ich halte ihn jetzt. Na, guck mal. Warte, wir gehen eine Runde mit dem Kleiner außenrum oder sowas alleine. Zieh mir Jeans an, eine Runde alleine außenrum. Ja. Halt! Nein, wir rennen... Hallo, wir rennen Pia auch nicht um. Wir beißen die nicht, wir fressen die nicht, wir greifen die nicht an. Und wir rennen sie auch nicht um. So. Und jetzt gehen wir ganz gesittet... Jetzt gehen wir ganz gesittet... Flipper, vor so schwarzen Sachen... Der hat vor nix Angst, ne? Aber so schwarze Sachen, die auf dem Boden liegen, die mögen wir gar nicht. Wobei, weißt du was, wir können auch sonst... Ja, lassen wir einmal mit dem Kleinen gucken vielleicht. Der kriegt aber jetzt eine Wellnessbehandlung, ne? Ja. Ich denke, die müssen wir desinfizieren und wegschweißen und... Das erklärt wahrscheinlich auch, warum der sich überall juckt. Guck mal, wie der guckt. Der denkt sich, mach mal weiter. Der denkt sich, mach weiter. Der denkt sich, mach weiter.